elisabeth winkler ja ugo darauf hätte ich jetzt bock auf ein bisschen ugo oder auf sugar rush der alte mann ja die wusste doch dass der aus bricht leo can i ask you something personal yeah sure how do you and your wife managed to stay together in this line of work we've always been together you know she knows me better than i know myself i was 12 when we met at the orphanage orphanage you could say that my parents didn't do their job i'm sorry to hear that don't be i barely remember that besides i was fortunate enough to have linda she was crazy you know we used to run away together steel ice cream cigarettes shit it's always been us against the world still is no matter what that's just how it is that's just how it is dann gucken wir uns mal um leos familie finden finde ich gut dass das spiel mehr als nur den gefängnisausbruch macht was ich halte manchmal dachte ja ich finde aber wenn kein gefängnispart mehr kommt das auch was passiert denn hier vergewaltigung 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 weiter penner aber alkohol ist haram deswegen treten wir auf dich ein hey penner na man warum bohrt ihr denn ihr scheiß nachbarn doch nicht während ich aufnehmen kann sich eben den schläger wegnehmen auf den anderen einschlagen und dann ich kann es wohl spielen hallo ja auch warum nicht das ist ja wie bei sport ich werfe einfach mal das was mein kopf getroffen ich war damals bei sports richtig gut wie sports war geil das war richtig so awesome es hat richtig bock gemacht alle hast du gesehen wie ich den geworfen habe außerdem gehörte ich zu diesen leuten die immer im stehen alles gemacht haben ja natürlich tennis gespielt haben wie sports im stehen ist erst recht geil ja vor allem das tennis beste tennis unter baseball tennis war richtig geil wo ich war eigentlich waren die alle geil stimmt schon ja müsste ich eigentlich netz play sports da gibt es doch mal mühe hier ich habe schon jetzt ich mit bekommen ich nicht warte wir wechseln mal okay ich nehme auf ihr leute ich habe sogar gehört was muss ich machen hast du mit der maus einfach okay ja auch junge da wie die dinger fliegen das hier echt schwer da hast du echt mit direkt bekommen ne ach oh der war gut jetzt habe ich schon den chief mitbekommen nach einer weile hat mir das aber auch raus okay okay kann man hier lang wirft ja das ist ein kleiner junge also eine mulle mit einer oder kann man nicht in der china so ich auf jeden fall nicht du kannst ja mal kann ich hier ist jemand hallo ich kann was klauen ich glaube das kriegst du nicht gut dass wir auch einfach in der werkschaft von irgendwelchen leuten rumlaufen können ja und ich habe gerade irgendwie eine wette abgeschlossen da ist ein kleines kind so wie kommen wir da hin ich will mich noch umgucken ja schenk ich auch das kind ist egal alter diese ähm diese dinger ich liebe sie ähm ähm gut da ist die freundin dann doch da würde ich sagen sag einfach mal nichts dazu oh alter das ist ein richtiges mannsweib ich kann grillen wirstchen und burger glaube ich oder das sieht ein bisschen vegan aus irgendwie schon ne ich glaube ich habe sogar wirklich ein bisschen gegen das mikro gespuckt oh mein katz das war doch nur spaß oh schaukeln komm oder geht nicht geht nicht schade und du boy also ein typischer schrebergarten einfach ich habe immer gedacht das heißt strebergarten aber es heißt einfach schrebergarten so schlimm dieser begriff was dasselbe streber und schreber ich glaube ja nee das eine wird mit sch geschrieben oh hier ist jetzt jemand ah nee das ist du ja könntest du bitte mit dir schaukeln das geht nicht doch wenn du beide gleichzeitig den punkt machen ja glaubst du sag ich so 3 2 1 schon getritten ok warte bist du bereit ok ja 2 1 go oh mein gott es passiert wirklich lol das ist auch kurz Oh Gott. Gut. Scheiße. Alles klar. Du hast angefangen. Ihr seid keine Kinder mehr. Ich bin sicher, dass ihr einen schweren Tag gehabt habt. Aber ich schaue jemanden. Eine Frau und eine... Eine Frau, hm? Ich hatte eine gellte Frau. Geld. Wen juckt das? Na jetzt bist du ein dreckiger Penner. Ich hab wahrscheinlich nicht mal einen Dollar. I need a dollar. I need a dollar. Sollst du schon lange? Privatsache. Weiß man doch. Beweis mir das Gegenteil. Das ist wieder der Mäd, der getrunken wurde. Ich glaube, wir müssen langsam raus, oder? Langsam raus? Ja, aus dem Loch. Aus dem Kabuff. Warte, ich muss kurz nochmal eine Überprüfung machen. Okay. Scheiße. Vor allem, warum muss ich das wegschieben? Warum kann ich nicht hier einfach durchklettern? Das... Wär zu einfach. Du willst dir noch den Leuten hier helfen, oder nicht? Hey Linda! Over here! Einfach so. Die freut sich, aber der Son nicht... Ähm... Oh, Polizei. Natürlich. Ein Zufall. Natürlich. Vor allem, ich guck da hin, redet, pfeift und geht zu denen. Wo ist der Sinn? Was denken sich die Polizisten dabei? Warte, wenn wir dich ein paar Fragen stellen? Ja, ich mache mich. Ich bin ein bisschen beschäftigt hier. Ma'am? Ihr Mann ist aus der Prise. Stopp calling mich Ma'am. Okay? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hör, wenn er Kontakt mit dir versucht hat, Ja, sicher. Was war das? Bye. Willst du mit mir über irgendwas reden, was dich beschäftigt? Nicht. Nee. Das ist eine tolerante Frau. Das ist eine Levi's Jeans. Levi's. Hey, buddy. Das hat wohl jemand keinen Bock auf seinen Fallern. Auf den guten Rudi. Ich halte auch gerade irgendwas mit Rudi machen. Ich halte auch gerade irgendwas mit Rudi machen. Er ist... Er ist ein bisschen beschädigt. Er hat herausgefunden? Ja, er hat es in den Spuren gesehen. Oh, Scheiße. Es ist okay, Baby. Komm her. So... Ist das der Typ? Ja. Das ist, äh... Vincent. Nice to meet you, Ma'am. Hey. Linda. Ich muss dir erzählen, was passiert ist. Ja, aber erst... Du musst mit Alex sprechen. Natürlich. Ach, das ist doch nicht unser Problem. Der kleine Scheißer. So. Dann spiel ich mal Dart, ne? Jo. Hey. Did the cops bother you? No more than I can handle. What they say? You know. The usual bullshit. Oh. Bullseye. I'm holding on. Leo, listen a little more. You can talk later. Go check up on Alex first. Okay. Awe. Auf 50 jetzt Bullseye. 25. Boah, warte mal. Kannst du werfen, während ich dir im Weg stehe? Ne. Ist ein X, ein rotes. Ja. Schade. Ich will dreimal Bullseye. Saufen kann ich? Ich hab das Gefühl, wenn ich mit dem Kind rede, ist es halt Zwischengequenz. Fuck. Deswegen, ich will vorher heute das Spiel. Ah. Ah. Es war okay. Fuck. Okay, Spiel. Ich schau mal um. Ich rede nochmal mit deiner Frau. Mit deiner Mulle? Mit deiner Mulle. Hey. Das ist eine wirklich schöne Bike. Danke. So. So, äh. Ich mach mir übrigens dem Bein Sandwich Toast. Ich glaube. Witz. Oh. Ähm. Ähm. Ist das ne 57er? Hapschalki. So, äh. Das ist ein Hapschalki von 7. So, ich hab jetzt schon mehr Punkte. Gar nett. Das ist eine 59. Nice. Eine 59. Eine 59. Das ist wirklich eine schöne Bike. Ja. Danke. Das ist so unangenehm, glaube ich. Wenn du einfach so in der Situation echt mit der Freundin reden müsstest. Ja. Dammit. Hä? Und was soll diese 63 da? Ich hab mehr als 63 Punkte. Ach ne, hab ich gar nicht. Ich hab ne 3a1 gemacht, ne? Äh. Wie viele Punkte brauchen wir nochmal um zu gewinnen? Es kommt doch das Spiel drauf an. Es gab doch ne feste Punktzahl oder nicht. 501 ist in der Regel runterspielen. Zumindest bei der WM. Wok WM. Mann. Ich will ein 180er vorher machen. Es gibt bestimmte Tiefen. Dann chill ich mich hier hin und trink ein Bier. Und rauch eine. Ich nehme einfach fremde Zigaretten. Vor allem fremde von der Freundin deines Freundes. Von der Mulle. Alter, das ist so anstrengend. Erstmal ein bisschen gönnen, ne? Hab ich den eben getrifft? Getrifft. Scheiße. Kann ich jetzt noch Bier nehmen? Ja. So. Dann trinke ich auch mal aus der offenen Flasche. Scheiße. Also mein Lifegold ist es jetzt hier die Höchstpunktzahl zu erreichen. Da kann die Folge auch schon mal länger dauern. Besoffen bin ich auch. Kannst du dir jetzt zusammenschlagen? Ich weiß es nicht. Ey. Echt der letzte Pfeil? Warst du gerade im Gebüschfinkel? Ne. Wow. Beautiful. Wow. Beautiful. Guck mal, ob ich mit deinem Sohnemann reden kann. Bevor du mit ihm reden kannst. Ich kann nicht mit dem reden. Verstehe ich es gar nicht. Kannst du theoretisch auf die Straße? Ah. Ich will noch mal Näh trinken. Und einen Rauch trinken. Nisch. Das ist ja auch Haram. Treten. Basketball. Oh. Äh. Ne Ball vom Junge. Scheiße. Work of an artist. Ah. Was ich eben gemacht habe. Was ich eben gemacht habe.